Herzlich willkommen zu den neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukaskopi TV. Der Finanzplatz von Abu Dhabi spielt im Standortwettbewerb mit harten Bandagen. Der Präsident des dortigen Finanzzentrum, Ahmed Ali Al Sayek, kritisierte kürzlich das Schweizer Private Banking mit folgenden Worten. Das alte Modell mit seinem Bankgeheimnis sei ganz einfach tot. Abu Dhabi orientiere sich nach dem aufstrebenden Finanzplatz von Singapur. Dies klingt zwar nach Polemik, trotzdem sollte es den Schweizer Banken zu denken geben, wenn ihr Finanzplatz seine Vorbildrolle im Ausland allmählich einbüßt. Der Schweizer Finanzgruppe Aquila ist ein Überraschungskuh erster Güte gelungen. Die frühere Justizministerin Ruth Metzler-Arnold soll Präsidentin der Vermögensverwaltungsfirma werden. Wie Aquila-Gründer Max Kotting diese Woche erklärte, soll die ehemalige Bundesrätin an der Generalversammlung vom 28. April gewählt werden. Dabei wird sie René Rinoff ersetzen, der das Amt nach zehn Jahren abgibt. Für Metzler-Arnold ist Aquila nicht das erste Mandat in der Finanzbranche. Sie war früher Verwaltungsrätin bei der Schweizer Börse SIX und ist es heute beim Schweizer Versicherer AXA Winterthur. Für die Schweizer Großbank UBS ist im Steuerstreit keine Entspannung in Sicht. Jetzt haben die Behörden eine Untersuchung gegen die UBS-Tochter in Frankreich eröffnet. Die Ermittler werfen der Bank vor, den Kunden bei Steuerbetrügereien aktiv geholfen zu haben. Zudem fordert Frankreich von der Schweizer Großbank eine Kaution von 40 Millionen Euro. Gegen diese neuen Anschuldigungen will sich die UBS jedoch zur Wehr setzen. Zuletzt war sie damit aber wenig erfolgreich gewesen. Bereits im letzten Herbst hatte die UBS in Frankreich eine Kaution von mehr als einer Milliarde Euro hinterlegen müssen. Als erste Bank der Kategorie 2 hat sich diese Woche die Banca della Svizzera Italiana mit den US-Behörden im Steuerstreit geeinigt. Das Institut zahlt 211 Millionen Dollar und kann so einen langwierigen Rechtsstreit mit dem amerikanischen Justizministerium beilegen. Dabei ging es um Beihilfe bei der Steuerhinterziehung von etwa 3000 Kunden, die rund 2,8 Milliarden Dollar am Fiskus vorbeigeschleust hatten. Die BSI ist das erste Finanzinstitut in der Kategorie 2, das eine solche Regelung treffen konnte. Dieser Gruppe gehören rund 80 Schweizer Banken an. Weitere Vereinbarungen werden in den nächsten Wochen erwartet. Die Genfer Privatbank Mirabeau hat erstmals in ihrer Geschichte Jahreszahlen publiziert. Dabei erzielte sie einen Gewinn von 32 Millionen Franken und konnte ihre Kundenvermögen um knapp 7 Milliarden auf gut 32 Milliarden Franken steigern. Vergleichszahlen gibt es praktisch keine, da die bald 200 Jahre alte Bank erst seit dem vergangenen Jahr nach der Umwandlung in eine Kommandit-Aktien-Gesellschaft einen Geschäftsbericht publizieren muss. Mirabeau hat bisher auf große Übernahmen verzichtet. Stattdessen schnappte sich die Bank einzelne Beraterteams von der Konkurrenz. Gemäß neuesten Zahlen beschäftigt Mirabeau heute 700 Personen. Das sind 50 mehr als noch vor einem Jahr. Und das erwartet uns in den nächsten Wochen. Im Zusammenhang mit der Übernahme der Bank Kutz sickern nun laufend neue Details durch. Beispielsweise der Preis, den die Union Bancaire Privé für das Institut bezahlt hat. Ursprünglich wollte die Royal Bank of Scotland als Verkäuferin rund eine Milliarde Franken. Allerdings war kein Finanzinstitut bereit, diese Summe zu bezahlen. Inzwischen reicht die vermutete Preisspanne von 350 bis 800 Millionen Franken. Wie aus Finanzkreisen zu hören ist, dürfte der tatsächliche Preis bei 600 Millionen Franken liegen. Ebenfalls bekannt ist nun, dass die Union Bancaire Privé die Bank Kutz in Etappen übernimmt. Das lukrative Asien-Geschäft, auf das etwa 12 Milliarden Franken entfallen, wird dabei als letztes Anfang 2016 übertragen. Bis dahin dürfte es bei Kutz zu einem erheblichen Stellenabbau kommen. Aktuell beschäftigt die Bank noch rund 1.300 Mitarbeiter. Erstmals werden die Aktionäre der UBS an der Generalversammlung vom 7. Mai über die Gehälter der Chefetage abstimmen können. Damit will die größte Bank der Schweiz gemäß eigenen Angaben den Führungsgremien die nötige Sicherheit geben, um erfolgreich zu arbeiten. An der Generalversammlung soll auch eine Wall-Street-Größe in den Verwaltungsrat gewählt werden. Es handelt sich um Jess Staley, der viele Jahre im Top-Management des amerikanischen Finanzkonzerns JP Morgan saß. Das waren die neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukas Koppi TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind auch in der nächsten Woche wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Tag und auf Wiedersehen.